Robert Vorsicht Vorsicht und jetzt hat er fantastisch die einstieg auf die Kurs die Klangstufs ist nicht mehr scheinbar das so umkehrt das ist es gibt komm ich steh bereit Oh ein Tor Wann ein Tor, geile Sache ja mein Tor, naja aber so, ok Tor ist Tor! Ja, ich hab mich schon gewundert, wie hat er den da noch reingemacht? Das ist Reingabe, Reingabe, Reingabe Ja, das wird was von Boah, die Kamera macht mich so fertig, Alter So, komm nach vorne Ja, so wär mir jetzt auch nie So ist schön Wenn ihr das sagt, mach ich das Oh, fuck Los, los, los Jawoll, Alter BAM in your face Fuck Von Not wären doch ja auch noch da gewesen Als du den nicht gekriegt hättest Aber ich muss sagen, mit dem Timing hinzukriegen ist sehr schwer Ja Ja, das ist das Einzige, ne? Das hast du aber, das hast du aber schnell raus irgendwann Sag sowas nicht Du, ich bin älter, bei mir dauert es länger Ich bin auch nicht mehr so jung Oh, shit, Alter Komm, komm, was mit dem Tor? Oh, oh Komm, eins gönnen wir den, oder? Moin, oh, flat Alles klar bei dir? Wie geht's? Und der Tor kann man mal machen Und den Karten raus, ja? Mit dem nicht ganz zu null weggehen, oder was? Ja, zieht so kacke aus oben, die Anzeige, dir fällt mir so nicht Okay Eine Eins ist immer schön Kann da mal stehen Okay, erstmal ein bisschen Boost sammeln hier, oder? Aber eine Zwei nicht Deswegen weg mit dem Weg Und vor, und rinnen, 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 rinnen Oh, scheiße, oh, Mist Bitte! Jo, komm, 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 komm Nein, 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 nein Was macht denn der Arsch da jetzt? Oh, fuck Oh, nein Nein, 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 nein Das ist der Wetter gewesen, Alter, das war grad Ja, Mann, fuck Eine Sekunde zu spät Wir dürfen uns nicht gegenseitig abbringen Ja Man, halt, 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 das ist bei der Goldträne, das ist möglich Hör mir da mit dem Ding, nein Scheiße, knapp Jörg, da kann man ihn auch noch gönnen Also, wir versuchen, dann noch gehen wir zum 5.3 los Hey GDL5, thank you for following Danke dir Danke dir Nein! Oh, fuck! Und! Wieder erste Anball. Aber du bringt mir Oni-Fülle, wa? Doch, Punkte. Nein! Wow. What the hell, Alter. Oh, der wollte mich auf dem Torraff grad, sau. Ja, das ist wie das. Wo ist das? Ja, ja! Alles klar, ja, mach mal, Tom. Jawoll! ja ich habe immer speichern das Tor ist es war gut das kann man sich mal speichern ja 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 am Schluss am Schluss kannst du richtig geil wenn das Spiel vorbei ist kannst du ja die Highlights kannst du irgendwie speichern genau ja ah cool dann auf deinem Channel hochladen denk mal das wird dann auf Steam oder so hochgeladen nein ein ich werde wieder bei YouTube hochladen ach so ja hier oben das macht er weil die Gäste in die Euro ich hab ein Trick bekommen heißt er hat ihn selber rein mann Dankeschön Dankeschön wie ist denn in dem Sprüchen äh, bei mir ist das äh Schultertaste, danke, Digga, ass rein Genau, Schultertaste Ey, der kommt jetzt vorne Schultertaste rechts Ganz große Klasse Super, geiler Typ Achtung, jetzt Vorlage und drin Yes baby Anlass ihn mir geil drauf, Anlass ihn mir Was ist das? Komm, gell, Vollerweiter Mal, wenn ich von hinten eine Stunde, komme weg, ihr Ramp oder so Klein Wixer Außen, Alter Ihr lebt schon alle wieder Aber so nicht, Freunde Hallo, hallo Ne, die liefen nicht, das sind von vor, von vorher im Spiel noch Oh, 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 fuck Ja, alles Oh, noch drei Sekunden Unifärlich, war unifärlich Unifärlich Ey, ich wurde schon wieder aus dem Teuramm Ich wurde wieder aus dem Teuramm Nein Der Pisser hat mich abgeschossen Und dann haben sie ihn drin gemacht Ey, das ist ein Pisser, oder? Schweine Die seitliche, die seitliche Rolle muss man nur lernen, Alter Ja Meine Griffe sind gerade so, so angestarrt, also Oh, der wollte mich schon wieder wegmachen, irgendwie hat der ein Problem mit Stalker Ja, das machen die jetzt, weil die wissen, dass sie verloren haben, ne? Ja, ja, das Kriege ich halt noch mal ein paar Punkte rein Im Level aufsteigen Echt, wenn man Leute abschießt? Ja, du kriegst ja Punkte, klar Ja, der kann fast vom Blue Wolf wegkneiden Super Sieg hab ich gekriegt, ey Vielleicht gibt's auch ne Errungenschaft, dass du 100 wegmachen musst, dass du den Errungenschaft ins Team wieder kriegst, oder so'n Scheiß Okay Ja, ja, das kann auch sein, das kann auch sein, ja Alter, ich bin Level 9 Du musst, ab Level 10, bist Semi-Profi Sehr schön, ne, mach ich mal gleich, oder? Hat ja nichts zu bedeuten, ey Disconnect Alter, Box, mach keinen Scheiß Ich war angeschubst Da hab ich gar kein merken, ey Hau das Ding da rein, Alter Hau das Ding da rein, Alter Aber das macht schon richtig Lone, Alter Man, Alter, hast du irgendeine Errungenschaft zu klären? Nein Wohin hatten wir die komischen Seifenblasen drin, Alter? Ja, ja, bestimmt Geil Da musst du diese komischen Blumen reinmachen, die ist der Nervenscher Das Geräusch, das Geräusch von denen Okay, ich hab hier noch trainieren Ich bin jetzt Stürmer Unsterblich 62 Schau mal, schau, wo unsterblich ist Schauen wir mal Unsterblicher 62 Na, da bin ich ja schon Okay, Tonne, go, ich bleib hinten Okay, Tonne, go Tonne, go Toller Name, Tonne, go Stalker, du hier ist wieder zurückgekasten, ist klar, oder? Was? Ich bin im Mittelfeld, Mann Ich guck mal, was passiert Okay, ich bin im Kasten Oder auch an der Bande Wo ist denn das Tor? Hier Tori, Fleischi Ich hab die nicht gesehen Kein Problem Ich bin dick genug, ich kann nicht ab Ungefährlich Äh, jetzt aber, Achtung, Achtung Ungefährlich Boah, bin ich drüber gesprungen Du, die Mome ist mir schon wieder zu lange in unserer Hälfte Boah, ey, das Spiel Sorry Alle, dude, alle, dude Vor damit Oh, fuck Ach, so ein anstrengendes Spiel Oh, 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 oh Oh, voll, voll, voll Oh, vaH, da bist du Fuck, Alter, das war knapp, ey War ja nicht Sicher war der, alle dudes Freunde Alle dude Aber jetzt weg mit der Mommel. Scheiße hier. Voll der Stalker. Nein. Komm, kick weg. Oh nein. Kick weg, ja. Alter. Jetzt schwitze ich. Noch doll. So. Okay, vor die Mommel. Vor. Gott, ey. Ich kriege ja schon Augenkrebs hier, Alter. Das ist echt. Das ist echt. Oh, irgendeiner kuckelt da draus. Das ist ja ekelhaft. So, kommt Torschuss. Oh, Tattoo. Blockt alles ab, da der eine. Oh, Mist. Den hat nie gekriegt. Oh, scheiße. Tog was frei. Der macht rück. Warum Stalker nicht bei sich zuschaut? Wie soll der bei sich zuschauen? Guck, das hat... Nein, nein, nein. Der ist so gut. Ich darf schon wieder aufmachen. Keine Ahnung, Boss. Warum Stalker nicht bei sich zuschaut. Warum soll ich denn bei mir zuschauen? Was ist denn los? Keine Ahnung. Ich schaue bei mir auch nicht zu. Hey, Mann. Du bist so in den Bettel. Dann bist du noch selber verloren oder so. Ja. Dann wird das gleich schon gemacht. Oder selbst Geld überweisen. Ja, dann wird das gleich schon gemacht. Ey, wir müssen ein Tor machen jetzt. Oh, das steht auf der Linie. Einer, jetzt sind hier drei Tore. Warte, warte. Warte, jetzt mal vorder. Oh, fuck. Oder auch nicht. Ich gehe wieder rein. Die sind mit zu... Ey, der kommt gefährlich auf mein Tor zu. Oh, Alter. Ich schmitze, ey. Ich sah nicht, wie der Benni das immer gemacht hat. Die haben wunderschöne Paraden immer gemacht. Viel schwerer, wenn man selber spielt. Ja, definitiv, Alter. Ich springe immer drüber, Alter. Das ist absolut... Ja, ja, das wird was, das wird was. Das wird nix. Der kommt viel zu hoch, Alter. Bam. Nein. Weg mit dem Ding. Oh, nein. Oh, Gott. Mehr Glück als Verstand. Oder so ein Müll. Krieg ich mich auf? Oh, ich kann nicht schlafen. Oh, Justin, Tony. Vielen Dank für diesen Follow. Herzlich willkommen im Stream. Mann, Alter. War ich einfach mal dreist Streamer in einem Stand. Ey, aber es ist irgendwie witzig. Also irgendwie ruhig gerade. Ich meine, es ist ein sehr verhaltenes Spiel. Also wir dribbeln sehr viel rum. Aber es sind wenig Core-Action so, finde ich. Noch eine Minute. Das ist kaum mehr passiert in dem Spiel, ey. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Wird ja mit rauskommen, aber. Ja, kommt jetzt eh nur noch eine Minute. Ne, warte, warte. Das ist ein bisschen gefährlich, ey. Den warte ich noch ab. Oh. Jetzt vor mit dem Ding. Oh, nein. Das kann nicht wahr sein, ey. Alles haben wir verloren. Okay, jetzt müssen wir alles in den Wachschrauber werben. Achso, na, weil ich mich selber angemeldet habe bei mir, ja. Na ja, das war ein, guck doch immer hier bei mir, ähm, einfach über den Moobot. Und da läuft zwar kein Stream, aber da bin ich angemeldet, ja. Mann, ey, Fickscheiße hier. Das war ein sehr komisch ausgeglichenes Spiel. Das war jetzt nicht so, dass wir ja keine Torchance hatten, oder? Nee. Die sind, die sind nicht schlecht, die Jungs. Ja, vor allen Dingen in der Abwehr, ne? Der Unsterbliche, ja, der ist gut. Deswegen heißt der uns... Der rettet die, ja. So, nein. Eins hätten wir noch gehabt, jetzt. Venom freigeschaltet. Boah, ey. Alter, zwei Profis, drei Profis, ja. Kann man jemand was in meinen Schiff? Bitte schreib, hab schon wieder das Gefühl, der Moobot hat sich schon wieder aufgebibbelt hier. Ja, weil du bist ja nicht online, sagt der Boss. Ja, das war bei mir auch eben, Moobot und Nightbot, beide aufgehangen. Ja, deswegen, das passiert nämlich auch mal. Das ist aber jetzt gerade durch die Gamescom extrem schlimm. Ja, die streamen ja alle, deswegen wird das wahrscheinlich auch, kriegen wir hier nicht die Top-Sachen ab. Mach mal aktualisieren, was immer passiert. Nee, du musst einfach rejoin machen von Moobot, du musst Moobot rejoin lassen. Was für so ein Button, join, remove and rejoin. Ja, 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 ich bin so einfach rufen, dann kommt er nochmal hin. Dann kommt er nochmal hin. Moobot, komm rein. Moobot, komm rein. Ihr kann jetzt nicht gut spielen. Ich bin immer der erste Mal, Alter. Aber das reicht nicht, Alter. Oh, sorry, Doc, Alter.